Mein Name ist Abel Gruft-Lezama. Ich komme aus Spanien. Ich studiere derzeit in dieser Musikhochschule, also in Nürnberg, und ich studiere Geiger. Also derzeit sind die Orchesterproben sowie Ensembleproben nicht mehr möglich, also wegen der Zahl, weil die sind zu viele, und deswegen gibt es nur Einzelunterrichte. Der Unterricht ist derzeit etwas komplizierter als vor drei Monaten, weil es keinen Kontakt gibt und auch die Audioqualität schlecht ist. Und auch mit der Bogenhaltung oder irgendwie die Haltungen, es ist kompliziert, dass der Lehrer dir zeigt, wie du das tun sollst. Es ist alles kompliziert. Viele Sachen können nicht wie damals sein, wie Orchesterproben oder Ensembleproben oder so, aber natürlich ist es besser als nichts, weil wir noch Einzelunterricht online haben. Das ist eine gute Kontinuität, die wir noch haben. Das ist eine gute Kontinuität, die wir noch haben. Das ist eine gute Kontinuität, die wir noch haben. Das ist eine 많이 unterricht, die wir noch haben. Das ist eine gute Kontinuität und die feminine했다, die wir noch haben. So etwas, wenn es mit平 Untertitelung des ZDF, 2020